Ist der Härtegrad von meinem Trinkwasser, das ich in der Leitung habe, wichtig? Ja, unter Umständen ist er wichtig. Es ist interessant zu wissen, wie hoch der Härtegrad ist. Man kann die Leistung durchaus erhöhen, indem man entweder remineralisiert, also den Mineraliengehalt noch mal etwas erhöht oder teilweise auch, wenn man ihn vermindert. Es ist also ganz interessant zu wissen, wie hoch der Härtegrad ist. Allerdings kann ich durchaus sagen, wenn das keine Extreme sind, dann ist es vollkommen unproblematisch und man muss sich eigentlich darüber auch keine Gedanken machen. Perfekt.